Frau Bitzen, 12 und 24 Pfunder geriffelte Feldkanonen mit Hinterlader. Sie haben eine Reichweite von 5 Kilometern mit unerhörter Präzision. Halten Sie sich die Ohren zu, meine Herren. Der Krach an sich ist tödlich. Es ist jetzt 6 in Uhr 15 und wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schatten. Meine Herren, aus sitzen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020